Wenn du im Spiegel guckst, dann wirst du sehen, dass du beim Bassen noch so machst und dann, wenn du rangehst, ziehst du das Kinn unheimlich runter. Das hast du vorher dazu gemacht, das ist ganz prima. Ja, mein Name ist Werner Schrieter, ich bin Professor an der Musikhochschule in Karlsruhe, Professor für Posaune. Und ich bin hier im zwölften Jahr im Sauerlandherbst und war beim ersten Mal auch schon mit dabei. Das Spannende hier im Sauerlandherbst ist eigentlich immer das, dass es eine ganz gemischte Gruppe ist, die von zwölfjährigen Nachwuchsposanisten bis oft Studenten und sehr begabten Laien besteht. Die Anforderungen sind ganz verschieden und es macht immer unglaublich Spaß, sich auf die verschiedenen Anfordernisse einzustellen. In der Akademie gefällt es mir hier sehr gut. Es ist leider, wenn schönes Wetter ist, keine Gelegenheit, das schöne Sauerland zu genießen. Aber wenigstens kann ich aus meinem Zimmer die Sonne und die schönen Herbstfarben der Bäume sehen. Freundschaften 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 Untertitelung des ZDF, 2020